Bereits zum 13. Mai heißt es am Donnerstagabend, Germany's Next Topmodel ist. Ab 20.15 Uhr überträgt ProSieben die große Abschiedsshow im TV. Mit Toni, Pierre, Christina und Julienne stehen in diesem Jahr vier Kandidatinnen im Finale. Wer das Cover des Modemagazins Harpers bei Satzieren wird und einen Vertrag mit der klumpischen Modelagentur erhält, verrät Heidi jedoch erst ganz zum Schluss. Nähe den Top-Kandidatinnen werden auch ausgeschiedene Bewerberinnen noch einmal auf dem Catbook zu sehen sein. Tora, Shawn Mendes, Vincent Weiss und Co. sorgen für das Musikprogramm. Ob, wie spekuliert, auch Heidis neue Liebe Tom Kaulitz zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Vorbereitungen für die Show laufen bereits auf Hochtüren. Auf Instagram teilte die Model-Mama bereits einige Eindrücke. Die Juroren Heidi Klum, Thomas Hajo und Michael Michalski üben in Düsseldorf bereits für ihren Auftritt. Die Juroren Heidi Klum, Thomas Hajo und Michael Michalski üben in Düsseldorf bereits für ihren Auftritt. Die Juroren Heidi Klum, Thomas Hajo und Michael Michalski üben in Düsseldorf bereits für ihren Auftritt.